Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Mittwoch, Donnerstag, den 20.02.2020 und da ging gar nichts. Das war tote Hose, einmal toter DAX, totes Tier, auf Stock, im Grunde war der Stock, war die, ja, 67 hier, das, was soll man da sagen, also er hat sich über den Long Trigger geschoben, ja, das war ein riesenfreundenfest, unsere Lisa hat gerade so ihre 30 Punkte hier oben raus geschafft, aber da hätte der Take Profit auch wirklich keine zwei Punkte höher liegen dürfen, das hat gerade so gereicht für unseren Long hier, aber, ja, wir müssen aber eins sagen, der ist ruhig, der ist stabil, der hat das Gap geschlossen, ne, der hat das Gap nicht ganz geschlossen, und er ist ruhig und er ist stabil und er steht gute 20 Punkte unter dem aktuellen Jahreshoch, glauben sie mal nicht, dass der, wenn der jetzt da drüber luckst, so eine lahme Nummer abschiebt wie hier, der wird sie richtig überrumpeln, der wird wahrscheinlich so einen 200 Punkte Tag rausstellen, das ist nämlich ein Mistvieh, unser DAX, und das zeigt er auch gerne wieder, und jetzt, wo die Wohler so gering wird, neigen noch dann welche, ähm, höhere Stop zu nehmen, die, äh, ganzen Scalper, die werden jetzt richtig warm, ähm, die dann auch gerne mal ohne Stop-Loss arbeiten, damit sie effizient arbeiten können, sowas wird häufig, direkt bestraft, mit einem richtig langen, fetten Tag, Tag, und davon möchte ich einfach warnen, die, äh, Gelegenheit ist ideal, hier mal rauszuschlagen, jetzt über die, wird jetzt kaum einer kommen sehen, viele, die im Long drin saßen, vielleicht schon rausgegangen seien, weil das viel zu lange gedauert hat, das ist ideale Voraussetzung für den DAX, um mal richtig auszurasten, also richtig oben rauszulaufen, also alles, was über 800 ist, wird es schon als Übertreibungspotenzial Werten, sprich, dem da erstmal Raum geben, das kann 98 werden, das kann 14.000 werden, muss jetzt nicht unbedingt dann da, wie wild, da rumballern, ähm, aber ich würde schon eher den Long favorisieren, wobei, unterhalb hält man die Unterstützung um die 87 rum, 87 bis 775, die ist ganz gut supportet, nun zum Freitag von oben, äh, zum Sonnensatz, ach, ich komme völlig durcheinander hier, bewegt sich nichts, da kommt man auch ganz aus dem Rhythmus, ähm, ja, die 80, 75 ist von oben, guter Support, wenn dann zum Beispiel direkt die 820 anläuft, dann nochmal zurückzuckt, wäre ein guter Support, dann oben raus, unten haben wir auf jeden Fall das jetzt erstmal nicht gemacht, ne, ganz, ganz offensichtlich, wollte er nicht, konnte er nicht, hat er direkt für Aufwärtsgab schon gezeigt, ist nicht seine Idee, will er nicht haben, ähm, ist zu ruhig, wir hatten ja gesagt, wenn er ruhig bleibt, dann eher oben, wenn er nervös wird, insbesondere zum Start, dann unten, das war nicht nervös, und von daher hat sich das erledigt, okay, ja, in dem Sinne, hier ist der Trend intakt, dass es aufwärts, ähm, unterhalb soll der Tiefe gehen, wäre der Bereich um 700 nochmal interessant, die Unterstützung hat er am Vortag jetzt nicht abholen können, würde ich deswegen einfach nochmal mitnehmen, sollte hier tief tauchen, die 700, um da auch das Gap zuzumachen, das ist eine schöne Supportzone nach wie vor, falls ihr ein bisschen Mehrschwung holt, aber dafür müsst ihr fast schon mit Abwärtsgab reinkommen, ansonsten wird das wohl auf einen Ausflug über die 13.800 nun hinauslaufen, ja, ansonsten wohl auch gering, ne, nicht täuschen lassen, ähm, ja, ansonsten auch im Monatschart, wir haben ja, wir haben oft genug gesprochen, der muss gar nicht so schnell machen, haben es immer wieder betont, ne, der braucht ja nur noch 700 Punkte, dann ist er schon in der Zielzone zeitlich gesehen, ist nächsten Monat schon soweit, ähm, das heißt 700 Punkte auf jetzt noch knapp drei Wochen, das sind knapp etwas über 200 pro Woche, das sind 40 pro Tag, ja, dem kommt danach, das war es ungefähr, was er jetzt hier jetzt gebracht hat zum, 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 zum Donnerstag, wenn er in dem Tempo weitermacht, reicht es vollkommen aus, um sein Ziel oben noch zu holen, Tagesschart auch, haben wir gestern schon gesagt, eher stabil oben, stabil aufwärts, da ist nichts Negatives zu finden, da auch die Kerze nicht lang genug war, die rote, und damit sieht das erstmal noch aufwärtsgerichtet aus, ja, von daher spricht ja alles nach oben, mal schauen, ob er mitspielt, oder ob sich es nach unten entgegleistet, ähm, ja, ich glaube, die Bänder sind auch recht eng, also, genau, ich, ja, ich, 700 unten ist für mich interessant und alles über 800, dazwischen Range, seitwärts, ne, und ich denke, so können wir es zusammenfassen, können wir zumachen, brauchen wir hier nicht mehr Zeit vor Geuten als nötig ist, ich drücke ihm die Daumen, wünsche ihm viel Erfolg und dann hören wir uns morgen wieder, tschö,